hallo liebe leute willkommen zum adventskalender nummer 13 heute ist freitag der dreizehnte leiden des pferdes angehört und noch mehr warte warte ein pferd pferd drückenknopf wer oha oha ist halloween ist halloween wo wo hm war tot aha ähm ja ich bin hier hinten gespawnt danke ich warte noch nicht im Bett wie kann man denn überhaupt da rüber so bringen ja das ist kein Ding gimme spielt jetzt oh lol lol wie was äh was achso wow jawoll da aua gut warte warte guck warte da kann man nämlich einfach ja ein bisschen spät so dass man vielleicht vorher ist ich mach mal im folgendenes ich baue mal eben hier den Aufweg wieder hin das ist ein bisschen gut doch du musst doch äh sterben im Bett oh guck mal da kann man aus dem Neff raus gucken ey wunder hä ja weil man dann nicht stirbt ne aber der spürt äh der macht doch einfach ja hier die so vor mir ja da stürzt noch keiner leider klack 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 so man muss versuchen hier die Druckplatten drauf zu treten oh lol norm du hieß wieder wenn man hier auf die Druckplatten drauf tritt dann ist zu ja kann man hier so ganz nötig hier drauf springen auf diese Dinger immer jawoll da werde ich hin genau man muss gar nicht drauf treten ne die Druckplatten ja weil hier diese Metalldinger sind ach so kann man ganz easy drauf springen stimmt hab ich nicht mal gedacht oh Luca nein oh nein gimme speed oh lol oh lol das ist scheiße wenn ich stirb das ist richtig gefallert geht das noch oh noch 3 Minuten richtig dumme wenn ich stirb oh jetzt der letzte scheiß oh oh wenn diese ganze beim letzten sprung runterfällt dann kannst du mit 3.000 Stunden schnommen nicht auf die Druckplatten gehen ja 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 oh nein siehste schöne Biene der Kacke ist das Sackstier oh siehste siehste beim letzten Schwung beim letzten Schwung warte mal können nicht Minecrafts irgendwie schneller ich weiß es nicht hab ich mal gehört was war zu mir so geplant dass Minecrafts mal als Lava Boote benutzt werden können keine Ahnung du hast da Musik da drunter ja Weihnachtsmusik passt auch voll warte da kann man nicht da wird man nicht so ganz geploppt da 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 la drunter drunter oh leh drunter wam neuen dort es war jetzt wirklich mit abne ich weiß mal war es mit abne gestern oben nein woranes wie nod Ah, du bist doch ein kleiner Hund, du äh, da können wir mal ausrasten, äh. Wir wollen nicht mit Absichten, nur um das erste Mal mit Absichten. Aua. Selber rein. Wenn das nur ein Block ist, ist das so... Ah, Luca! Ja. Hör auf. Oh. Oh. Ist das noch nicht so nett? Ja, los. Hopp. Ja, hab ein Problem, ich muss da rüber. Ja, deswegen lauf jetzt. Los. Wenn zu oben steht, geht das noch. Und bam. Oh ja, so ist das fein. Geil. Oh, Gott. Oh, war ich jetzt erschrocken, Alter. Oh, Junge. Ah, da drüben. Und genau hier hat's aufgehört mit Brennen. Jawoll, ja, Col. Jetzt einen Screamer haben, ey. Das wär... Geil. Sonst taunt sich alles davon. War nicht geil. Oh, und wenn wir hier wieder runterfallen, müssen wir morgen anfangen. Ah, ich warte auf dich, wa? Warte, muss man jetzt von hier drauf oder von dem Zaun? Ja, von da geht auch. Und jetzt einfach so rüber. Ja, oh Gott. Ja, dann fang mal an. Wenn wir jetzt hier runterfallen, müssen wir nur noch Leitern hin. Hallo, so? Ja, so. Hallo. Ach, Luca. Klack, klack. Klack, klack. So, zack, zack. So, drei Leitern raussuchen. Oh, fuck. Oh, nee, hier ist... Nein, hier ist ein Spinnnetz, wie mies. Ach, Gott. Du musst dein Ansteiger springen. Du musst dich, glaube ich, hinterspringen. Ach, gar nicht. Oh, jawoll. Oh, jawoll. Hippi. Auf am Anfang. Danke. Dabda-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich hab deinen Apfel weg. Der ist eingelaufen. Ah. Das schaff ich. Das schaff ich. Ach, ich hab. ein ein nur das geht vielleicht recht konnte nicht rüber und noch nicht zu finden der wirklich von die ich stehren das kann ich hin und das ist nun die warum muss ich einfach ganz einfach muss es hier hin Ja, wenn aber das denn beim Laufen so ein bisschen in den Weg geht. So ist doch gut. So ist doch gut. Ja, so ist doch fein. So. Klar. Ich hab nochmal ab, ich hab hier ein Bett im Inventer, fährt mich halt auf. Guck, und da ist man dann hier hinter, glaub ich. Ja. Okay. Ich geh übern... Rücken. Ah. Ah, Alter. Tja, los. Oh, Luca. Oh, Norman. Sonst waren wir mit drin. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Was hat das denn hier? Oh, Fährte. Ich muss wieder was mir jetzt Geiles erzählen. Das kann ich jetzt ne Aufnahme machen. Oh, lol. Was? Oh, mach das geil. Pass auf. Ich. Äh, ob ich jetzt den Namen nenne? Nein, ich erzähle noch keine Namen. Oh, lol. Person A und Person B gab's da noch. Und mich, ne? Haben die A und B was mit den Namen zu tun, oder nicht? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Also, okay. Ähm, pass auf. Auf jeden Fall. Wenn ich das erzähle, dann findet das keiner lustig. Er fällt schnitt, was lustig. Ja, los. Ja, los. Wie das alles so immer ist. Norman. Ich lache mir mal der Arsch kaputt und keine Lache drüber. No, Alter, los. Pass auf. Person A hat mich so übelst gereizt. Übelst geärgert. Ja. Und dann hab ich so... ...wacht, gell? Gestern, ne? Warst du dabei? Ja, klar war ich dabei. Und da hat Person, ich nenne sie einfach mal Person K, an Donk gesagt, oh, Butters. Und da kommt der Waschbär in dir raus. Ja. Obwohl ich da nie dem Waschbär vor Augen gehört hab. Ja, dann hör, dann hast du's gut gemacht. Äh, das geht gleich sehr episch aus hier. Und zwar geht's ja einfach mal ins Nichts. Nassingen? Ins Nassingen, genau. Ins Nassingen. Ohr. Ohr. War geplant. Ohr, Pro, Pro-Spieler. Hau. Norman. Scheiße, ich komm hier nicht mehr weg. Ich hab ein Problem. Bist du ein hiesiger, ne? Ich komm hier nicht mehr weg. Ah, doch kommst du. Wie? Ja, ich komm auch da unten weg. Ich komm ja nicht hoch. Ich bin tot. Ne, lol. Hier unten ist ja... Achso. Du fällst gar nicht ganz runter. Oh. Du fällst einfach mal als Nichts, aber... Warte, warte, warte. Oh Gott, nicht, nicht bewegen. Ach, gut. Aber wenn ich dort bin, dann bist du auch weg. Was sollen wir denn die machen? Die Knöpfe hier oben drücken? Äh, nee. Springen, glaub ich. Hier, wohin? Weißer. Warum sind die oben Knöpfe? Weiß ich nicht. Ich verstehe aber auch nicht, was ich hier machen soll. Jetzt so richtig. Äh, lol. T.P.E.M.Punk. T.P.E.M.Punk. Oh, gut. Ja, ich verstehe. Hä? Warte mal, wir müssen da irgendwo... ...bestimmt irgendwo hin. Oder die Knöpfe drücken da oben. Ne, ich glaube, wir müssen da rüber. Da rüber. Ja, du musst dann immer so rüber. An die... An die Lianen. Ja, und wo müssen wir jetzt insgesamt hin? Da drüben. Okay. Ah, das wird wieder gut. Sag ich dir. Hey, lol. Das ist richtig dumm. Wenn das jetzt geht, dann... Da lache ich mich kaputt. Okay, das ist weit weg. Da hätt ich jetzt gelacht. Da hätt ich mich kaputt gelacht. Ich spür. Komm, nein. Hau rein. Hält, die will ich gut. Luka. Da müssen wir hin, siehst du? Da kommen wir doch her, oder? Da kommen wir doch her, oder? Da sind wir links an die Eingänge. Wo kommen wir denn her? Von einem von den beiden Seiten kommen wir her. Mit den Zollern auch nicht. Hops, Entschuldigung. Ich hab keine Ahnung, hätte nie aufgepasst. Ich auch nicht. Aber... Warte, ich geh runter und du gehst rüber. Ja. Ah, hat gut geklappt. Ah. Wo kommen wir denn jetzt irgendwie noch... Da, hat man halt da. So, und hier. Ah, ich bin doch runtergefallen. Hier hoch. Schön. auch mein stopp von hier kommen wir glaube ich das war jetzt einfach wenn wir jetzt hier rüber nein müssen wir dahin wo ich bin ja nie auf anderen seite glaube ich schon ich weiß es nicht genau wie kommen solche ideen einfach kleiden und machen kurz hochfliegen und gucken und Crazy Motherfucker! Ähm, ach, der hat drei Nutz. Ja. Wir sind von Ranken. Denn wir nannten ihn... Dicker der Schlanknein. Hier ist das andere Norm. Hier kommen wir her. Da kommen wir her. Also doch darüber. Okay, da rüber jetzt. Ja, das ist auch ganz klar, weil hier... Also nicht ganz klar, aber das ist schon irgendwo logisch, weil hier nämlich nicht Dinger ein weit... ein breit weg... Ach, du weißt, was ich meine. Eins weit weg sind von der Wand, so dass man da halt so runter werden kann. Jetzt wäre ja Sack ersehen müssen, aber da war ich schon was. Hab ich gehört. Nein! Man kann nicht an den Zäunen hoch, ne? Also nur an den Zäunen. Nee. Das geht nicht. Dann sind wir hier auch nicht. Boah, ich falle ein Norm runter. Ja, Norm, wer nicht. Ich auch. Nee, ich mein beim Hochklettern schon. Ich bin schon so blöd fürs Hochklettern. Äh, Klettern. Das ist ja vielleicht irgendwie ein Trick. Reden kann ich. So. Oh, fast ey. Hm. Ähm, wir kommen da jetzt... Nein. Oh, ganz knapp. Ah, ich hasse dieses Jump'n' Run schon, ey. Nein! Das schafft man nicht. Wieso denn... Wie will man denn da rüberkommen, ey? Okay. Oh, regt mich das auf. Wie will man die Scheiße denn hier rumgehen? Behindert? Ah, jetzt geht's. Zauberei. Oh, Mann! Da schaffst du einmal die Scheiße und dann geht's schon gleich wieder nicht mehr. Ah, ich raste aus. Da krieg ich einen zu viel. Hm, hm, ja, ja. Oh. Oh. Mann! Was ist denn das für eine Scheiße hier? Null. Oh, keine Leiter. Willst du mich verarschen? Nein. Hey, du... Du kleine harte Humpen. Du, man lässt mich hier übers ausrasten, ja? Oh, du bist ein richtiges... Richtiges Sackgesicht. Ich weiß. Nein! Alter. Nicht vorm Stuhl fallen, ey. Traster Hustunger. Und gleich kommt mir schon meine Mutter wieder rein. Wie ist hier denn eigentlich hier? Ah, Junge. Oh, nein. Oh, nein. Du bist so ein Hesliga. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Leuten. Die haben mit gedacht. Die haben mitgedacht. Die entwickler ja. Warte, ich geh hier vorne hin und du schlägst mich drüber, ok? Okay. Was? Du schlägst mich jetzt drüber. Hallo, ich bin hinter dir. Da kannst du mich nicht. Du musst da hinten gehen und ich muss da vorne gehen. Geh nach vorne. Aber du hast mich... Ja warte, du hast mich in den Spinnen-Dinger reingeschlagen. Warte. Warte, los. Ah, fast. Warte, soll ich dich schlagen vielleicht? Hm. Haha. Ah. Ich hasse dich, ich hasse dich. Ich hasse dich im ganzen Leben, ey. Fick dich. Oh, ne. Ah. Lol, ne. Das ist scheißegal. Oh, lol. Lol. Toll. Babababaa. Was ist mit den kaputt, ey? Was ist mit denen kaputt, ey? Was ist mit denen kaputt, ey? Ja, übersteuere doch ein bisschen. Was ist mit denen einfach hin? Ja. Ja. Bisschen, du. Vor dir. Hä? Hinten. Nein! Oh, warte, was kannst du da nix? Was? Ah. Ah, haaa. Hau doch ab, ey! Binst du wohl, ey! Hm, ich, 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 mich, mich, mich. Verräug dich, okay? Ne. Pratt. Heute rast sich glaub ich richtig aus. ich glaube, ich schwimme komm hoch, komm, mach ich ab sag, komm oh nee, ey sie sind immer schön, ey ah, ich bin die so so geil ich bin da weg, ich flipp komplett aus heute oh, nee komm, komm, spring los, aua ach, Spaß ja, ich bin Luca und ähm ich schubs gerne, Leute oh, you little crazy motherfucker oh, oh, schreck mal oh, ja hey, geh einfach auf auf diese Dinger na bis morgen na, ist noch nicht so gut Schleck mi, schleck die, schleck da leck an andermonika was ist doch jetzt um ja, und schlaft du es noch heute ich bin der Luca und ich setze gerne andere Leute unter Druck da, ja, ja, schleck her an da, 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 da da oh, ja hm ha da wah ha 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 Oh, Luca, jetzt langt's. Oh, das ist hohe Aggression. Na? Ja, hier verarschen lassen von dir, du Gräbel. Oh, du Hose, ich schwöre hier. Oh! Ja? Luca, ich weiß nicht laufen. Wieso? Leute, was ist mit den Dingern los? Ich hab keine Ahnung, was? Irgendwie Buckner hat... Also... Mach da am besten so ein... Mach am besten ein Bild von mir hin. Hat noch nix von Real Life oder was? Äh, du mal schauen. Ich schick dir dann gleich eins hin. Hat noch nix gesehen. Hat noch nix gesehen. Gut. Na gut. Dann, äh, sehen wir uns morgen wieder in einer hoffentlich reparierten Map. Ja, man sieht auch 1.7.2 hier alles kaputt. Guck dir die Betten an. Die Fehler da. Ah. Ah, Junge. Ja. Gut. Also... Dann, äh... Hup, wollte ich nicht. Jawoll! Dann bis morgen. Macht's gut. Und in AF-Hittersehen. Was dann? Ah! Tschüss! 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020